Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, denn ich möchte dich zu einem Vortrag einladen zum Thema Hochsensibilität. Ich beantworte darin die wichtigsten Fragen zum Thema, nämlich was ist Hochsensibilität, woher kommt das, was für Auswirkungen hat Hochsensibilität, also die ganzen Symptome, wie Reizüberflutung und dergleichen. Und als letztes natürlich die wichtigste Frage, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das wirklich von einem Manko und von einer großen Herausforderung zu einem riesigen Geschenk entfalten und entwickeln? Und da gibt es ein paar ganz einfache Methoden, die stelle ich im Vortrag nur kurz vor und danach gibt es nach einer kurzen Pause einen Abendworkshop, wo du, wenn du magst, daran teilnehmen kannst. Und da geht es eben genau um das Thema, wie gehe ich mit meiner Hochsensibilität um? Das sind wirklich ganz, ganz, ganz einfache Methoden. Der Vortrag ist auf Spendenbasis, so circa 3 Euro für die Raumkosten und der Abendworkshop, ja, kostet auch nicht viel mehr, also 15 Euro dann für den Abend. Die Details sind auch noch im Facebook-Event. Wie gesagt, ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du dabei bist, denn ich kenne es aus eigener Erfahrung, wie es ist, ja, von Burnout, wo ich herkomme, wirklich die Hochsensibilität immer mehr zu einer Gabe zu entfalten und das möchte ich dir einfach mitgeben, wenn du daran Interesse hast. Wenn ja, freuen, sehen wir uns. Was macht denn der? Ach ne, ist ein Haubentaucher im Hintergrund. Und ich wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit.